Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu ARK. Schön, dass ihr eingeschalten habt hier zu unserer kleinen Singleplayer-Welt. Und ja, was gibt's Neues? Ich habe ein bisschen vorbereitet für unsere Winterbase. Ein klein wenig Ruckels. Okay, aber das ist fast schon normal bei ARK. Daher ist das schon in Ordnung. So, und zwar habe ich hier in Beta ein bisschen was reingemacht an Materialien. Dachte mir, ich schmeiß... Warte mal, das kann ich ihm rausnehmen, dann ist er nicht ganz so schwer. Den Pelz, den kann ich... Wo mache ich den Pelz rein? Können wir hier schon? Hier haben wir Pelz drin. Okay, warte mal. Können wir das gleich zusammenführen. So, Pelz ist nämlich schwer, wie man sieht. Und wir haben noch die Pelzrüstung an. Das war von unserem letzten Trip. Ähm... Ja, und da gab es zwei, drei kleinere Probleme. Ich war einmal im Schneebiom, um natürlich noch ein paar Rhino-Hörner zu holen. War ich mit Beta unterwegs, nicht mehr mit dem Wolf. Ich habe acht Rhino-Hörner zusammenbekommen. Das heißt, wir können uns, äh, zumindestens mal die 9K schon mal machen. Oder wir sparen noch ein bisschen. Sorgen... Besorgen uns noch zwei Hörner. Und dann können wir zweimal die 40K machen. Und, ähm... Ich würde dann auch noch ein paar von denen, denen 1K machen. Aber auf jeden Fall die zwei 40K. Und dann können wir uns auch schon fast auf den Weg machen, um ein, ähm, Quetzal zu tamen. Was ja schon ganz interessant wäre. Und ich habe einen kleinen neuen Mikashi. Mikashi. Ähm, einen kleinen Wolf gefunden. Und, äh, 645 ist doch gar nicht mal so übel, würde ich fast behaupten. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Was frisst der denn da? Was ist das? Ach, der hat einen Frosch gefressen, oder? Oh, nee. War das was von uns? Nee, unseres ist noch da. Okay, das sah aus wie ein, ähm, ähm, Schweinchen. Und, naja, gut. Ähm, das wäre jetzt so mein Plan. Ich würde gern, äh, einmal die Base errichten. Und einmal die, ähm, noch mal ein bisschen versuchen, Rhino-Hörner zu bekommen. Zumindest zwei Stück, damit wir die... Ja, damit wir endlich die... Die, 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 die Pfeile herstellen können. Und da kommt ein Sarko. Was machst du denn hier? Was willst du denn hier? Das ist natürlich... Das ist natürlich... Der hat natürlich keine Chance gegen uns. Egal, 399. Naja, gut. Keine Chance würde ich jetzt nicht sagen, aber... Gegen ein 600er. Da kriegen wir ordentlich was an Fleisch raus. So, ihn... Würde ich auch gerne... Also, sie würde ich auch gerne mitnehmen. Wir haben hier 8000 HP. Das ist richtig übel. Also, wir gehen jetzt noch ein bisschen auf Damage. 700 wollte ich. Genau, das ist super. Rest macht mal auf Movement Speed. HP haben wir nämlich ordentlich. Und, ähm... Ja, ich würde sagen, wir gehen mit... Beta. Reicht uns das vom Gewicht her? Wir könnten es mal probieren. Ich nehme mal noch was zum Trinken und zum Essen mit. Jo. Also, erst mal was trinken. Dann natürlich einmal auffüllen, bitte. So. Und dann, ähm... Habe ich hier noch was drin? Ja. So. Nehme ich mal mit. Dann müsst ihr in, äh... In unserem kleinen Wolf müsste eigentlich auch noch was drin sein. Hier in Snow. So, hier ist auch noch drin. Das nehmen wir auch mal mit. Nur für den Fall der Fälle. Und schmeißen wir mal in dich rein. So. Gewicht. Geht noch. Geht noch. Okay, wir machen uns mal auf den Weg zum Schnee-Bio. Und, ähm... Ja, und werden dann dort noch ein paar Rhinohörner sammeln. Wir müssen, glaube ich, hier lang bloß. Ja, das war, das war ein guter Kampf. Der hier hat ordentlich was eingesteckt. Der Wolf. Oder die Wölfin eigentlich. Die hat ordentlich was eingesteckt. Richtig brutal. Das war ein... Erbitterter Kampf. Ich glaube, ich habe... 50 Nackhose-Pfeile auf den Geschossen, bis die mal umgekippt ist. Und ein 1K... Äh... Pfeil... War... Ihr könnt euch vorstellen. War schon... War schon grob. Aber... Kriege mal hin. So, wir fliegen jetzt mal dorthin. Ist ja nicht mehr... Ist ja... Eigentlich ist es gar keine so weite Strecke. Und einen Quetzal fangen wir auch. Ich habe nämlich... Ein bisschen an unserem alten Lagerplatz... Ähm... Mal wieder rumgestöbert. Und habe... Weil ich einen Dödi haben wollte. Und festgestellt... Dass dort... Immer noch ein Quetzal unterwegs ist. Und das direkt am Haus dran. Und... Solange der die Flugbahn hat. Am Haus vorbei. Würde ich es doch wirklich versuchen... Diesen Quetzal mal... Ähm... Anzuschießen. Um zu schauen... Wie der reagieren wird. So, jetzt muss ich kurz überlegen. Wo habe ich denn... Wo habe ich das dann hingebaut? Oh. War wieder ein Ruckler. Ach, diese Savepoints. Immer wenn man zum ersten Mal das Zeug benutzt. Eigentlich kann ich hier lang. Genau. Richtig da vorne am Berg habe ich das hingebaut. So ist es. Okay. Und seinen Quetzal müssen wir auch mal ein bisschen mehr auf Geschwindigkeit heben. Äh, und seinen... Äh... Adler. Beta. Beta muss mehr Geschwindigkeit bekommen. Beta ist so langsam. Guck mal. Hier sind auch zwei Stück direkt am Berg dran. Drei Stück direkt am Berg. Da wollte ich was ausprobieren. Vor kurzem... Hat nämlich so ein Quetzal... Ein Ei gelegt und fallen gelassen. Also nach unten fallen gelassen. Und da hatte ich mir überlegt, wenn ich das jetzt packe... Und, ähm... Dann wird der Quetzal ja aggressiv auf mich. Eigentlich. Und, äh... Müsste der dann... Wenn der nicht... Wenn der runterkommt... Müsste ich den doch einfach angreifen können. Hatte ich so überlegt gehabt. Ne? Ich hab's noch nicht ausprobiert. Weil ich hatte da noch keine Materialien. Ich wollte jetzt nicht mit einfachen Pfeilen hingehen. Aber es wäre interessant gewesen. Und das Ei, das war so in der... So zwischendrin hängen geblieben. So auf der Höhe, wo ich jetzt fliege. So zum Boden entfernt ist das einfach in der Luft hängen geblieben. Wie es halt nun mal so ist bei, äh... Äh... Flug-Saurier, ja? Wow. Dieser Titan-Saurier, ne? Der wäre mir beim letzten Mal beinahe über mein Haus drüber gedappt. Weil ich trau mich nicht, ihn anzugreifen, muss ich ganz ehrlich sein. Nicht, dass der hier auf die Idee kommt, ähm... Mich niederzutrampeln. So, jetzt sind wir gleich da. Ich hab absichtlich diesmal, ähm... Beta mitgenommen, weil beim letzten Mal war es ja wirklich so... Das war ja wirklich fast chancenlos mit unserem kleinen Wolf. So. Ähm... Blendet ein bisschen. So. Dann können wir hier absteigen. Ich pfeife euch allerdings alle mal auf... Neutral hier. Selber Schuld. Gott sei Dank hab ich eben noch... Oh, ein 427er. Das hätte wehgetan. Das? Hallo? Hast du einen Vogel? Hahaha. Mach meine Rüstung nicht kaputt. Die ist neu. Essen fassen. Sehr brav. Also hier sind schon... Freche Gegner, ne? Freche, freche Gegner sind hier. Okay, du hast ein bisschen was an Energie verloren. Aber ich auch. So, auf die 6000 bringe ich ihn mal wieder. Die müssen ein bisschen schneller regenerieren, finde ich. Aber zu schnell ist dann auch wieder nichts. So, was hab ich jetzt an Rüstung verloren? Oh, ordentlich. Die ist ja fast kaputt. Na, ganz toll. Egal. Dann ist das halt so. Ich wollte ja jetzt hier eher eh mehr bauen. Und zwar war mein Gedanke, ich mach das doch noch ein bisschen weg hier. Dann krieg ich ein bisschen Materialien zurück. Oh. Ich will nicht sammeln, ich will das hier Demolition machen. So, und dann mach ich nämlich das Ganze etwas größer. Damit ich hier auch... Hm. Dachte eben, mich greift was an. Das hat sich so angehört, als rennt irgendwas auf mich zu, ne? So. Dir geb ich mal jetzt die Materialien. So, einmal. Und nehm mir mal das hier raus. Das geb ich dir auch mal. Und die Wand... Oh, ne, die Wand nehm ich mir noch nicht. Erstmal das hier festmachen. So. Einmal gerade. Und dann hier so rüber. Ne, mach mal immer so Zweier. So. Und dann hier so. Na, wärst du wohl. Na, was ist los? Hier. Ja, das Bauen hier in der Ark finde ich noch ein bisschen arg bescheuert. Ark bescheuert, ne? Wichtig. Ark bescheuert finde ich das. So, dann können wir hier nochmal rüber. Hier auch nochmal gerade. Ich sehe nichts. Das war falsch. Das ist wegen dem Boden, ne? So. Und dann gehe ich hier nochmal rüber. Vielleicht noch eins gerade. Warte. Warte. So. Und dann hier rüber. So. Sollte eigentlich reichen. Da dürfte keiner durchkommen. Was ich jetzt vergessen habe, oder? Na ja, natürlich habe ich das jetzt vergessen. Das große Tor, was ich mitnehmen wollte. Verdammt. Egal. Nicht so schlimm. Das Tor kann man auch immer noch im Nachhinein ran machen. Das snappt ja wahnsinnig. So, warte mal. Hier machen wir hier das Tor oder hier? Ich denke, das machen wir da hin. Alter. Wieso snappt das so bescheuert? Was soll der Quatsch? Das snappt. No, nicht bescheuert. So, hier kommt das Tor hin. Das heißt... Eins, zwei, drei. Oh, die Wölfe haben es jetzt doch noch geschafft. So. Okay, und dann oben drauf. Oh, hier hinten auch noch zu, ganz klar. So. So. Dann haben wir hier zumindest mal so ein kleines... Es soll ja nicht groß sein. Es soll ja einfach bloß... Vor den Wölfen schützen. Es soll ein bisschen vor den... Ja, es soll einfach bloß ein bisschen schützen. Mehr soll es ja gar nicht. So, dann haben wir hier die Größe. Ist okay, denke ich mir. Und hier gehen wir jetzt auch noch mal einmal außen rum. So. Jetzt haben wir nichts mehr. Und jetzt später auf der anderen Seite. Egal. So, mit dir können wir jetzt nämlich hier drin landen. So. Und... Mit dir... Mit dir... Gehen wir jetzt hier rein. Dann haben wir wenigstens... Die schon mal in Sicherheit untergebracht. So, halbwegs. Weil wir haben ja jetzt noch nicht wirklich... Wir brauchen ja hier vorne noch das Tor. Das heißt, ich müsste mir eine Smithy bauen. Vielleicht... Ist da noch ein Titan? Ernsthaft. Wie viel Titan rennen denn da rum? So, warte mal. Du hast doch noch die NC, ne? Ach, die... Die haben wir auch noch. NC, Wooden, Wall. Nimm ich auch noch mit. Dann mach ich mir vielleicht hier... Ein Fenster rein. Hier ein Fenster. Hier... Oben kommt eine normale Wand rein. Dass wir hier zu haben. Und dann machen wir uns noch... Hier ein Fenster zum Rauchen. Rausschießen. Am besten hier auch noch ein Fenster. Und hier machen wir auch noch ein Fenster hin. Was soll der Geiz? So. Das kostet uns zwar Materialien, aber... Naja, gut. Wir haben es ja so ein bisschen. Dann mach ich hier mal mein Material wieder rein. Das heißt, das... Ne, halt. Das raus. Hä? Ach, das. Da. Da haben wir es. So. Und die hole ich mir jetzt wieder. Das bringt nämlich nichts, wenn ich die hier anhabe. Weil die ist ja jetzt schon ziemlich kaputt. Und wir wollen ja auch noch Rhinos jagen. Allerdings... Bin ich jetzt gerade am überlegen. Ich werde mal mit ihm hier... Äh, mit ihr hier Rhinos jagen gehen. Nicht mit Beta. Einfach nur um zu... Oh. 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 Das können wir mal vergessen mit dir. Ja. So. Oh. So. Einmal. Zweimal. Drei Mal. Drei Mal. Vier Mal. Und fünf Mal. Wir brauchen's. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber... Ihm ist einfach zu kalt. Wie sieht's mit deiner Energie aus? Das füllt sich so langsam ganz gut. So. So. Materialien lassen wir mal da. Die brauchen wir jetzt nicht. Was wir mitnehmen können, ist einmal Wasser. Aber wir sind ja hier in der Nähe. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt großartig fortzeln. So. Ist okay. Viel Gewicht hat er jetzt ja nicht. Können wir... Ähm... Das lege ich mir mal hier drauf. Das hier rüber. Und dann kann ich nämlich hier mal... Ab und an mal. Wie jetzt hier zum Beispiel. 128er Wolf. Hol ich mir. Den stacken wir mal schnell weg. Wenn's nicht hängen würde... So. Den haben wir. Jetzt haben wir einen Grafikpack-Kländer. Egal. Da steht der Titano. Da kommt ein Wolf. 42er. Na, den snaggen wir doch direkt weg. Schnell unten drunter durch. Dass wir ja nicht gefressen werden. Da kommt ein Kätzchen. Ja, wir sind schon... Wir sind schon nicht gerade schwach, ne? Da ist ein T-Rex. Ein Agentavis. Versuchen wir mal zu vermeiden. An den T-Rex zu kommen. Wir suchen jetzt die Rhinos. Ein Mammut wäre natürlich auch noch was sehr interessantes, ne? Da müssen wir uns auch noch mal tamen. Ich mach dich mal auf Speed, haben wir gesagt. Dann geht es auch um einiges einfacher und schneller. So, ein Mammut. Wird doch hier irgendwo rumrennen. Ein goldner... Ein goldner Wolf. Wie cool ist das denn? Zwei... Oh. Der hat uns gesehen. Ja. Ja, aber... Wir haben es genug in der G-Rex. So, der ist auch weg. Da ist noch ein Titano. Boah, ich glaube, ich muss einmal Monster neu spawnen lassen. Dinos neu spawnen lassen. Das macht ja keinen Sinn, wenn wir hier 30, 40, ähm, Titanos rumrennen haben. Das macht überhaupt keinen Sinn. So. Ein Mammut. Wird doch wohl noch drin sein hier. Da ist ein T-Rex. Äh, ein Mammut, sag ich. Ein Nashorn. Guck mal, da ist ein Nashorn. Wo ist das aber das große? 200 noch was? Dann geh ich da nicht dran. Ja, 200. Naja, gut. Sag mal so, ne? Diesmal sind wir um einiges stärker. Ich geb ihm nochmal ein bisschen Futter. Wir sind bei 6000. Der Kleine, der hatte ja nicht so dolle viel. Guck mal, ich glaub, der snackt noch die Leichen vom letzten Mal. Die sind ja noch nicht despawned. Ich hab hier ziemlich direkt danach aufgehört zu spielen. Shit happens, was soll's. Wir probieren's. Joa, guck mal, ne? Das kriegt man ja locker weg. Hier, und weg ist es. So, T-Rex! T-Rex, Hilfe! Mami! Ich weiß ja nicht, welches Level der ist. Ich will nicht gefressen werden. Uh, der kommt da... Uh, der ist aber schnell hinten drauf. Oder? Ne, okay. Er hat... Abgelenkt, okay. Kurzer Level-Check. Guten Appetit! Jum, 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 jum. Oh, hey! Unhöflich! Ich beiß gegen die Fersen, ich beiß gegen die Fersen, ich beiß gegen die Fersen, ich beiß gegen die Fersen. Und jetzt bist du tot tot. Darf ich mitmachen? Darf ich jetzt snacken? Ich mach dir gar nix, ich schwör, ich hab nix gegen dich. Hallo! Ich bin der Gute! Entschuldigung. Ganz ehrlich, dafür kann ich nix. Ich war so liebevoll und wollte dir helfen. So. Okay. Jetzt müssen wir aber ein bisschen wegschmeißen, ne? Rino haben wir nix bekommen, aber das können wir wegschmeißen. Ähm, das, das, also die Haut, äh, die, 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 die Dinger schmeißen wir auf jeden Fall weg. Das braucht man auch alles nicht. Ähm, da, das fressen wir jetzt direkt, dass wir hier wieder ein bisschen Energie kriegen. Ich seh, da hinten im, rechts seh ich noch ein, äh, ein Nashorn. Wir haben ja jetzt kein Nashorn bekommen. Ich hoffe, ich muss das nicht nur mit dem Agentavis töten. Das wäre ein bisschen blöd. Oh, das gab mehrere Level. Zwei. Ich reite jetzt einfach mal hin und versuche, das auch noch wegzusnacken. Und da links ist noch eins. Yay! Keine Ahnung, welches Level du bist, aber du wirst gefressen. Ja! Noch ein Horn. So, dankeschön. Der Agentavis verfolgt mich nicht. Der T-Rex, der sieht sehr köstlich aus. Ähm. Ich, oh. Oh. Oh, 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 oh. Nein. Ja, genau. Oh, ich dachte, die greifen den Titanosaurus an. Ach, du Scheiße. Da hätte ich aber gelacht, ja. Kämpfen die jetzt gegeneinander? Die Wölfe? Hier sind verdammt viele Rechse, kann das sein? Wie soll man denn? Da ist ein toter Rex. Das ist nie ein gutes Zeichen, habe ich schon festgestellt. Da ist auch irgendwas, was dran rumpfknappert, kann das sein? Ah, ne, ist ein Hirsch, okay. So, zeig mal, welche Level seid ihr, zwei? 28. Ein Soft. Sehr enttäuschend. Ich krieg hier nicht so viel raus, wie ich gehofft habe. So ein Rhinohorn, ich hab bloß jetzt eins. Ich mach mal das ganz nach oben, dass ich das immer gleich sehe. Bis jetzt bloß ein einziges. Oh, ich bin voll. Was ist jetzt los? Ähm. Tschüss. Noch ein Rhinohorn, komm schon nicht... Uh, uh, bin ich eben verschrocken, da steht ein Mammut. Hat man gar nicht gesehen, eben gut getarnt hier. So, hier ist nichts. Ein Rhinoh, ein Rhinoh, ein Rhinoh. Ein Rhinoh, ein Rhinoh, ein Rhinoh. Hier haben wir kein Rhinoh. Wieso haben wir keine Rhinohs? Nein. Vielleicht muss ich mal ein bisschen außerhalb gucken. Ich müsste mal einfach... Ich muss einfach mal die T-Rex-Säge wegsnacken. Das hat doch gar keinen Sinn hier. Komm, ich helfe dir jetzt mal, das Fell zu machen. Mann, geh mal aus der Fiese. Geh mal weg. Uh, der hat gar nervös. Komm her. Hau nicht ab, ich hab Hunger. Danke. Das sind einfach viel zu viele Rechse, die uns die ganze Zeit unsere Rhinos wegfressen wollen. Jetzt muss ich aufpassen. Oh, ein Quetzal. Ein Quetzal Schatten. Ein Quetzal, auch ganz sehr weit oben. Okay. Die Wölfe, die kümmern sich um sich selbst. Soll mir recht sein, ist mir egal. Da hinten ist noch ein Rhinoh. Geh bloß weg. Sei lieb. Ich will bloß das Rhinoh. Mir ist auch egal, welches Level es ist. Es ist... 56. Weg damit. Direkt weg ist nett. So, wir haben unsere 10 Rhinoh. Na, natürlich könnten wir noch ein bisschen mehr haben. Mehr ist immer besser. Aber das ist schon mal gar nicht so schlecht. Das ist ein guter Anfang. Da war eine Katze. Geh, sie war hoch vom Level. Und war hoch vom Level. Okay. Und tot. So. Eigentlich können wir uns jetzt schon auf den Rückweg machen, wenn ich das so sehe. So ein Rex und Neuer wäre eigentlich schon nicht schlecht, ne? Ich meine so ein... Wir haben ja jetzt... Wir haben ja jetzt doch schon ziemlich hohen Rex. Oh, guck mal. Da ist noch eins. Wir nehmen alles mit, was wir mit... Oh, das wird gejagt. Oder es hat ihn in den Arsch gebissen bekommen. Eins von beidem. Oder beides gleichzeitig. Ich will mit. Aua. 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 Ich will die Kille. Aua. Danke. Hallo? Hallo? Ich bin einer von euch. Ich bin ein Hund. Selbst schuld. Ich wollte das nicht. Ich wollte bloß das Horn. Nur, dass wir uns da... Ähm... Nur, dass wir uns da verstehen. Mal den Scheiß wieder rausmachen. Tschüss. Das können wir auch mal wegmachen. Ah, die Pfeile... Hätte ich vielleicht nehmen sollen. Egal. So. Wir haben zwei Hörner. Das ist ja schon mal... Das ist ja eigentlich das, was ich haben wollte, ne? So. Einmal das. Einmal... Das... Und natürlich... Ähm... Da ist noch ein Rino. Ah, 142 ist okay. Das kriegen wir weg. Auch mit halber Energie. So. Sauber. Das haben wir. Ihn hier wieder auf Geschwindigkeit. Dann sind wir nämlich ordentlich fix unterwegs. Und dann gehen wir jetzt zurück. Äh... Bin ich noch richtig hier? Ja. Das... Äh... Das kenne ich jetzt nicht hier. Das hier. Hat mich jetzt ein bisschen verwirrt. Oh, Kätzchen. Viele Kätzchen. Ziehen wir richtig hier? Hä? Mir kommt die Gegend so nichtssagend vor. Oder? Ist das unsere Gegend? Zumindest steht da der Dicke, ne? Huch. Ja, doch. Das ist unsere Gegend. Okay. Okay. Passt schon. So. Einmal schnell zurück. Dann brauchen wir hier ein Tor. So. Jetzt mal kurz geguckt. Ist... Verfolgt uns jemand? Ich glaube nicht. So. Warst du nochmal Level Up? Ne. Aber du brauchst unbedingt Energie. 3000 nur noch. Wir müssen ein bisschen mehr auf deine Energie achten. Aber bei 8000 HP ist das... Ist das noch ein gut... Ist das noch gut, so viel noch übrig zu haben? So. Ähm. Ich hab ein Level Up, hab ich gesehen. Wir gehen auf... Damage? Oh. Sogar zwei Level Ups. Sehr schön. So. Einmal irgendwas Unnötiges hier drin. Nehm mal mit. Wie sieht's bei dir aus? Du hast ja jetzt eigentlich... Die können wir da lassen. Das ist auch Gewicht, das wir sparen. So. Und die muss ich mitnehmen. Die will ich wieder zu Hause haben. So. Und dann... Einmal aufsitzen. Rundum. Und schnapp. So. Dann fliegen wir mal wieder nach Hause. Wir haben unsere zwei Rhino-Hörner. Wir haben hier ein bisschen die Base ausgebaut. Das wird natürlich noch stabiler gebaut. Da kommt noch ein Tor dran. Einfach nur zur Sicherheit. Ist vielleicht auch gar kein so schlechter Platz zum Bauen, meiner Meinung nach. Ähm. Hier lang. Dann können wir eigentlich in der nächsten Folge damit anfangen, schon mal Vorbereitungen zu treffen, um einen Quetzal zu fangen. Ich hoffe nur, dass das auch alles funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Sollte eigentlich gehen. Wenn wir die 240k machen könnten... Ich mein... Normalerweise... Hat so ein Quetzal so um die... Ja, eigentlich hat er so um die 20 bis 50k, ne? Aber wir brauchen ja kein Hochleveling. Wir brauchen ja erstmal eigentlich bloß einen mit schwachem Level. Der sieht auch sehr schön aus. Ähm. Einen mit schwachem Level. Und dann mit dem könnten wir ja dann andere Quetzal als fangen. Mit dem Kescher. Das sollte eigentlich gar kein Problem sein. Müsste mal ausprobieren. Müsste aber eigentlich alles funktionieren. So, wir fliegen hier rüber. Da sind wir schneller. So. Puh. Hier drin ist deine Hitze. Das ist echt Wahnsinn. Kann ich hier kacken? Ja. Beta kackt. Und, ähm... Das ist Wahnsinn, was hier momentan für eine Hitzewelle ist. Das ist krass. Bin ja froh, wenn es wieder aufhört. Wenn es wieder aufhört, so extrem heiß zu sein. Also, ich persönlich brauche das ja eigentlich nicht. Ich bin ja... Ich mag es ja lieber ein bisschen kälter. Aber... Nun ja. Was willst du tun? Ja, ich fliege jetzt noch nach Hause. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich denke, den Rest des Weges schaffe ich auch alleine. Bin ja schon ein großer Junge. Bis dahin, sagen wir mal Tschüss. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.